Hallo ihr Lieben! Ja, ich bin wieder zurück mit einem Haul heute und zwar habe ich in verschiedenen Läden eingekauft und auch im Online-Shop und überall immer nur so kleine Sachen, dass sich das nicht gelohnt hat, da jedes Mal ein Haul für zu machen. Und jetzt habe ich quasi so ein bisschen gesammelt und jetzt lohnt es sich und jetzt werde ich euch die Sachen mal zeigen. Und ich fange mal an mit Zenos. In Zenos habe ich mir so eine Eieruhr gekauft, die habe ich allerdings fürs Filmen gekauft. Und zwar will ich meine Kamera darauf kleben und dann halt so einen Zeitraffer quasi aufnehmen. Ja, die habe ich im Internet gesehen, überall, da kosten die immer um die 6 Euro und hier 2,76 Euro, da habe ich die gleich mal mitgenommen. Dann habe ich mir dort noch solche Perlen hier mitgenommen, in grün und die schimmern auch bunt. Und die haben nur 50 Cent gekostet, ich weiß gar nicht, 20 Gramm sind hier drin. Und grün habe ich jetzt nicht so wirklich viel, deswegen habe ich mir die mitgenommen, die fand ich ganz schön. Ja, und das war auch schon alles, was ich in Zenos in Braunschweig heute bekommen habe. Da war irgendwie nicht so wirklich viel, was mir gefallen hat. Gut, dann mache ich weiter mit Action und im Action habe ich mir mal wieder Twin Marker gekauft. Und bei denen hier habe ich tatsächlich alle drei Farben noch nicht. Also die 91, die 102 und die 95, alle drei Farben hatte ich noch nicht. Und bei dem hier ist es leider so, dass ich die beiden Farben schon hatte, da war ich mir auch ziemlich sicher. Aber diese Farbe habe ich noch nicht. Blush heißt die Farbe, 136. Ja, und wie ich so bin, wenn da eine Farbe dabei ist, die ich noch nicht habe, dann muss das auf jeden Fall mit. Und ja, zweimal, wie gesagt, also diese beiden Pakete, nicht jeweils zweimal. Dann hatte ich noch ein bisschen Washi-Tape mitgenommen. Ich benutze ja nicht so viel Washi-Tape, aber das hier ist einfach mal komplett meine Farbe. Und ich finde auch die Motive ganz süß. Und hier ist so ein bisschen maritim. Und da ich maritine Sachen nicht wirklich habe, dachte ich mir, okay, nimmst du dir das mal mit. Weil ich schon so ein paar Motto-Karten machen wollte und dann hatte ich irgendwie nicht die passenden Sachen. So, diese Streu-Deko hier gab es. Die habt ihr eventuell schon bei Miss Fruchteis auf dem Kanal gesehen. Sie hatte sich die auch vor einer Weile gekauft. Da gab es auch noch mehrere verschiedene von. Ich habe aber nur diese eine hier mitgenommen. Die Preise kann ich euch leider jetzt nicht mehr sagen, weil ich den Kassenbon nicht mitgenommen habe. Dann hatte ich mir Blümchen mitgenommen. Und zwar einmal diese hier, weil ich die Farbe noch nicht hatte. Die sind auch diesmal nicht glänzend. Also die sind einfach naturbelassen. Und dann hatte ich diese zwei Packungen hier entdeckt. Die hatte ich noch gar nicht und auch noch nicht gesehen. Ich sehe schon, hier habe ich mir schon ein bisschen eingedrückt, aber es ist nicht so schlimm. Ja, und da habe ich erst überlegt, ach, nimmst du die mit oder nicht? Und dann dachte ich, ach, komm, ist egal, ne mit. Und das scheint hier einfach nur aus Papier mal so gemacht zu sein. Aber es scheint so ein bisschen stabileres Papier zu sein. Davon hatten sie übrigens auch mehrere Farben und die habe ich aber nicht alle mitgenommen. Und das war ganz lustig. Ich habe meine Mama zur Kur gefahren und auf dem Rückweg sind wir, bin ich über Land gefahren, weil die Autobahn dicht war. Und fahre durch so einen Ort und ganz plötzlich war da ein Action. Und dann musste ich leider anhalten und musste da unbedingt rein. Genau, ja, hier sind solche elastischen Bänder, also so Gummibänder. Die werde ich aber nicht als Armbänder oder so benutzen, sondern die werde ich zum Nähen benutzen. Nämlich als Gummibänder zum Beispiel für, keine Ahnung, Slips und solche Sachen. Oder auch mal für Oberteil oder vielleicht auch für Handtaschen als Gummis, wo man dann vielleicht so einen Kugelschreiber oder sowas dran machen kann. Also diese vier Gummibänder, auch davon gab es verschiedene Motive und ich habe halt nur die mitgenommen, wo mir die Farben gut gefallen haben. Dann habe ich mir hier noch so Seidenpapier mitgenommen und zwar dieses hier. Das habe ich leider nicht gesehen, das finde ich nämlich auch total schön. Ich hoffe, dass ich es diesmal auch benutzen werde. Hier sind also diese drei Teile drin und das sind immer 40 mal 60 Zentimeter. Dann habe ich diesen Block hier noch gesehen, den fand ich auch ganz cool und das war auch der Einzige, der noch da war. Alle anderen von diesen langen Blöcken war gar keiner mehr dort in diesem Laden. Und hier fand ich echt einige Papiere schön. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, den nimmst du jetzt mal mit. Die sind auch immer zwei so, zwei so. Also hier sind jetzt, also ja, einmal sind sie so und dann haben sie einmal solches Glitzer hier. Also einmal drauf geprägt und einmal reingeprägt. Also hier ist es quasi so reingeprägt und glänzt dahinter oder rausgestanzt, keine Ahnung. Und hier ist es eben, ist es halt nur beglitzert sozusagen. Ja, fand ich auch alle ganz schön und deswegen kam mir ja auch noch einmal mit. Ja und ihr wisst ja, ich habe meine Stempel jetzt alle so ein bisschen untergebracht, damit mir die Dinger nicht ausgehen, habe ich mir gleich nochmal zwei Pakete davon mitgenommen. Die kann man auch nie genug haben. So und zu guter Letzt habe ich in diesem Action noch solche Perlen hier gesehen. Diese großen Boxen und da habe ich mir diese beiden Farben. Ich glaube, es gab auch nur die beiden Farben. Und hier ist einmal so Blau und Türkis drin und hier sind halt zwei Rosatöne drin. Einmal Pink und einmal Rosa und in verschiedenen Größen. Ja, finde ich auch ganz cool. Kann man auch immer super gut verwenden. Hier sind unten auch noch Verschlüsse und so drin, dass man sich quasi eine Kette machen kann. Das werde ich aber nicht machen. Ich werde die so benutzen, so wie ich es hier auch schon bei diesen Kleinen gemacht habe. Hier ist ja auch immer das Zeug noch mit drin und dafür werde ich es nicht benutzen. Ich werde die eben so benutzen. Ja, ihr Lieben, das war schon mein Action. Ich mache mir hier gerade mal ein bisschen Platz. Als nächstes habe ich diese Tüte hier und das ist ein Shop im Braunschweig in den Schlossarkaden. Und zwar heißt der All over the World und der ist so ein bisschen aufgebaut wie Ikea. Also man geht so durch die Gänge, um dann eben wieder vorne anzukommen an der Kasse. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und die haben immer ganz süße Sachen. Und ich zeige euch mal, was ich mir da alles besorgt habe. Ja, einmal hier so eine Joke-Brille. Die brauche ich für ein bestimmtes Projekt. Und hier kann ich euch auch sogar die Preise sagen. Genau, die Brille hier zum Beispiel hat 1,39 Euro gekostet. Und eigentlich ist das so ein Flaschenöffner, wenn ich das richtig sehe. Also da kann man wohl Flaschen mit öffnen. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Und da habe ich gedacht, ach komm, das nimmst du mal mit. Dann hier solche kleinen Geschenkpackungen. Da sind sechs Stück drin. Und die haben nur 1,77 Euro gekostet. Brauche ich gar nicht, steht immer drauf. Ja, fand ich auch ganz süß, mal als so kleines Geschenkchen, um da ein Geschenk halt drin zu verpacken. Dann habe ich mir mitgenommen, diese vorgestanzten Kartons. Die sehen dann so aus, wenn die zusammengebaut sind. Und hier sind drin, ich gucke mal gerade, wo steht es drauf? Da oben acht Stück. Und diese acht haben gekostet 1,39 Euro. Ja, fand ich ganz süß. Und deswegen habe ich mir die auch gleich zweimal mitgenommen. Und dann, ich finde auch hier oben diesen Ast, diesen ausgestanzten Ast so niedlich. Das sieht für mich eigentlich aus wie rausgebrannt, ne? Dadurch, dass das hier so Farbe noch am Rand hat. Also entweder haben sie draufgestempelt und gestanzt oder es ist reingebrannt. Ich weiß es nicht genau. So, dann gab es noch hier diese Schmetterlinge. Und zwar in diesen beiden Farben. Das sind so Holzteile, die mit, ja, mit so einem, so ein bisschen erhöht halt aufgeklebt werden können. Ich hoffe, dass der untere Kleber ganz gut abgeht, weil das hier auf so einer, ne, doch nicht, ist eine Folie. Ich sehe es gerade. Ich kann es auch mal rausholen. Die haben übrigens jeweils 1,29 Euro gekostet. Und ihr seht es ja, 6 Stück sind hier drin, genau. Und die sind hier auf so einer Trägerfolie. Und hier hinten haben die eben dann diese Teile wie Dimensionals, die man dann eben halt aufklebt. Und dann ist es ein bisschen erhöht. Ja, wie gesagt, einmal weiß und einmal diese Farbe hier. Finde ich sehr schön. Diese Farbe mag ich ja sehr gerne. Und weiß kann man ja immer für irgendwas mal gebrauchen. Ja, das Teil hier, das fand ich ganz lustig. Und zwar kann man sich damit Papier rund ausschneiden. Und man hat hier einmal Zentimeter und einmal Inchangaben, glaube ich. Dürfte fast so sein. Ich muss noch mal nachmessen, ob das hier wirklich Inch sind. Auf jeden Fall, ach so, nee, stopp, gar nicht wahr. Das hier sind die normalen Zentimeter. Und hier hat man dann das Maß für den Radius, wenn ich das richtig erkenne. Genau, und dann kann man sich das eben, hier vorne hat das so einen kleinen Pieker. Ich hole es mal gerade raus. Hat halt hier so einen Piekser. Und hier vorne dann eben diese scharfe Klinge. Und so wie es aussieht, kann man die Klinge auch tatsächlich austauschen, wenn ich das richtig sehe. Genau, also anscheinend kann man das Rädchen da abmachen, kann dann diese Klinge hier vorne austauschen. Ja, die sieht auch sehr scharf aus, also wirklich wie ein Rasiermesserchen. Ja, und hier kann man die jetzt einstellen. Anscheinend, ja genau, jetzt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier oben ist der Radius und hier ist der Durchmesser. So, und ja, dann kann man das hier einstellen und dann kann man sich da eben einen Kreis ausschneiden. Habe ich noch nirgendwo gesehen, fand ich echt ganz cool. Und das Ganze hat gekostet 2,64 Euro. Und da habe ich gedacht, Mensch, ach komm, das nimmst du mal mit. Vielleicht kann ich es auch nicht immer gebrauchen, aber das werde ich bestimmt mal benutzen. So, dann hatten sie hier solche Charms, mal ein bisschen größere, so verschiedene Blätter. Das habe ich mir hier auch zweimal mitgenommen. Und die kosten jeweils 1,39 Euro. Ja, fand ich auch sehr hübsch. So, dann habe ich mir noch diese Teilchen hier mitgenommen. Und zwar sind hier drin 12 Stück und hier unten sind auch noch so süße Hippos, Vögelchen, Häsien, Bärchen und weiß ich nicht, ob noch irgendwas ist. Ich glaube, das war's. Also so ganz süße Tierchen sind da noch mit drin. Und das sind ja diese Papierstrohhalme. Und da kann man dann diese Papiere draufkleben oder vielleicht verwende ich die für was anderes, aber die passen halt farblich so schön. Wie gesagt, 12 Stück sind hier drin und gekostet hat das Ganze 1,08 Euro. Und da habe ich gedacht, ach komm, da kannst du nichts falsch machen und habe sie mir zweimal mitgenommen. Ich habe auch noch gar keine Papierstrohhalme, deswegen fand ich das auch ganz cool. Und hier habe ich noch mal welche mit ein bisschen anderen Motiven und zwar mit so Totenköpfen und mal gucken, ob die auseinander gehen freiwillig. Nee, nicht wirklich. Haben hier unten auch keine Öffnung, dann muss ich sie leider aufreißen. Und dann hole ich mir gerade mal die Ornamente hier raus. Die Strohhalme seht ihr ja. Und hier sind, wie gesagt, solche Totenköpfe, so eine Fahne. Dann ist hier so ein Säbel, das erinnert mich hier an das, ähm, ah, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie es heißt. Was, auf Sylt? Ich glaube, auf Sylt, da ist doch so ein Szene-Sansibar, so ein Szene-Restaurant. Sansibar heißt das und die haben das irgendwie in ihrem Logo. Ja, und hier noch so eine Piratenschatzkiste. Ja, und die fand ich irgendwie auch ganz witzig und ich weiß ja, dass doch viele Leute auch auf solche Sachen hier stehen. Und vielleicht kann ich denen damit mal was Schönes basteln. Wenn ich mal wieder eine Tauschpost mache für Leute, die sowas mögen, dann habe ich sowas auch. Ich will mir halt mal angewöhnen, nicht immer nur Sachen zu kaufen, die ich schön finde, sondern auch Sachen zu kaufen, wo ich weiß, das mögen andere. Und dann, dass ich dann für andere auch mal was machen kann, dass ich dann nicht immer da stehe und denke, oh nein, jetzt habe ich keine schwarzen Glitzersteinchen. Das hätte dazu gepasst und so. Und deswegen kaufe ich mir eben auch solche Sachen. So, und zu guter Letzt, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, warum ich die mitgenommen habe. Das sind so für Babyschnuller. Und die waren halt auch so günstig, ne? 1,68 Euro. Dann habe ich mir einmal in schwarz und einmal in blau einen mitgenommen. Ja, und wenn das nächste Mal irgendwer wieder ein Baby bekommt, dann werde ich da was draus nähen. Also werde so ein Bändchen nähen und werde dann halt so ein Schnullerbändchen machen. Ist ja eigentlich auch ganz cool, ne? So als kleines Geschenk zur Geburt finde ich das immer ganz süß. Gut, ihr Lieben. Ja, das war das. Ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen Platz. Und dann sehen wir uns wieder gleich noch mal. Weil eine Sache kommt noch. Ja, ihr seht, ich habe hier einen Karton. Und zwar habe ich noch bei Dieters Schnäppchenwelt bestellt. Und diesmal auch gar nicht so viel, nur ein bisschen. Also einmal habe ich hier als Dankeschön diese Glitzerteilchen bekommen. Dann habe ich mir diese Mappe hier bestellt. Ich habe schon länger damit geliebäugelt. Und als ich jetzt in Koblenz da oben war, da hatte mir Christina, also Miss Fruchteis, gezeigt, dass sie auch so eine Mappe hat. Und wie sie da ihre Fremdits aufbewahrt, da habe ich mir das mal angeguckt und fand echt, dass das cool ist. Also sie sagte zwar, sie ist nicht so ganz zufrieden, weil ihr die manchmal auf der zweiten Seite hin und her rutschen. Aber ich fand es wirklich gut. Und da ich viele Fremdits habe, die ich öfter benutze und gerne mal schnell griffbereit hätte, habe ich mir das jetzt einmal mitgenommen. Ich habe mir noch keine zusätzlichen Magnetteile genommen. Aber hier sind ja auch erstmal genug drin. Hier sind, glaube ich, zehn Stück drin. Und die war im Angebot, diese Mappe. Und zwar hatte die, glaube ich, von 20 Euro auf 18 Euro knapp gekostet. Also sie war auf jeden Fall reduziert. Und da habe ich gesagt, diesmal schlage ich zu und nehme sie mir mit, wenn sie schon mal reduziert ist. Das war das Erste. Dann habe ich mir noch ein Distress Oxid Kissen bestellt und die dazugehörige Auffüllfarbe, weil ich leider schon ein bisschen Pech hatte, dass die bestellt waren. Und dann waren die komplett ausgetrocknet und dann musste ich mir die nachbestellen. Und deswegen habe ich sie diesmal gleich mitbestellt. Und für den Preis ist das auch alles völlig in Ordnung. Dann habe ich mir noch einen Santoro Stempel, also einen Gorsos Stempel mit dazu bestellt. Und zwar, weil ich einfach gedacht habe, so jetzt bist du bei 28 irgendwas, jetzt machst du dir 30 Euro vor und hab den Stempel halt noch mitbestellt. Den hatte ich nicht und ich habe ja auch noch Platz in meiner Stempelaufbewahrung für meine Gorsos Stempel. Das werde ich, glaube ich, jetzt immer so machen. Also ich bin nicht mehr so heiß auf die, wie es am Anfang war, als ich die neu für mich entdeckt hatte. Die gab es ja schon länger, aber für mich waren sie neu. Da bin ich total auf die abgefahren, hätte am liebsten alle gehabt. Und jetzt ist das so, ja, wenn ich was bestelle und da ist so ein bisschen Restbetrag, dann werde ich mir die immer mal eins, zwei mitbestellen. So, dann hatte er auch im Angebot dieses Set und dieses Set. Und deswegen habe ich mir die auch gleich jeweils zweimal bestellt. Ich weiß leider nicht mehr, was die gekostet haben, aber die waren auch irgendwie von, also die waren sehr stark reduziert auf jeden Fall. Und hier sind 32 Papiere drin, A4. Und das sind, ich mache es einfach mal auf und packe es mal mit euch auf, weil hier hinten sieht man auch nichts, also man sieht schon ein bisschen was drin, ist aber nicht so gut, finde ich. Ich mache mal eins auf und dann schauen wir mal zusammen rein. Also, ja, das ist dann dieses hier mit den Teddys und auch mit Gold drin. Sind auch nur einseitig bedruckt. Und dann dieses hier, das mit den Blümchen hier oben ist auch wieder blau und gold, so schön schimmernd. Dann mal wieder ein normales Papier, hier mit schimmernden Krönchen. Dann hier in Gold, oh, entschuldigt bitte. Dann hier diese unglaublich süßen Bärchen, was man super schön ausschneiden kann und als Karte benutzen kann. Dieses Papier hier. Dieses. Dieses hier. So kommt. Dann dieses hier. Das hier mit so einem glitzernden Goldrand. Ich finde auch diese Optik, diese 3D, diesen 3D-Look ziemlich cool. Ja, dieses hier ist wunderschön. Leider ist hier ein kleiner Fehler drin. So, dann dieses Bärchen. Ich weiß nicht, wiederholt sich das Papier jetzt? Oder sind das andere Farben? Nee, es sind ein bisschen andere Farben. Das ist wieder hier so ein normales Papier ohne Schimmer. Dieses hier, was wir ja auch so ähnlich schon hatten. Dann das hier noch in grün. Dieses hier. So eins. Dieses. Das ist wieder ohne Glitzer. Hier ist es diesmal umgekehrt. Da ist nur die Schriftgold. Dann hier mit einem leichten Rosé. Auch sehr schön. Ja, das hier ohne Glitzer. Hier wieder mit Glitzer im Rand. Und die letzten zwei. Einmal auch wieder dieses 3D-Optik. Und wieder so ein wunderschönes, wo man halt Karten draus machen kann. Und wie gesagt, dieses Set habe ich mir zweimal bestellt. Und dann dieses Set hier. Und das war es dann auch. Ich stelle es mal runter. So, und diese hier sind ein bisschen stabiler, glaube ich. Ich mache es mal auf. Genau, das scheint wirklich... Also es ist echt ein bisschen stabilere Pappe. Und die kann man dann eben so rausdrücken. Und ich finde, die sind super schön geeignet für Hochzeit zum Beispiel. Aber hier steht es ja auch. Just Merit. Und ja, ich fand die super, super schön. Und weil die auch so mega günstig waren. Die waren, glaube ich, auch vorher um die 10 Euro. Und dann waren die nur noch 3 oder 4 Euro oder so. Und da habe ich gesagt, nee, komm, das musst du unbedingt einmal wenigstens mitbestellen. Und ich habe es sogar zweimal noch bekommen. Ein paar Sachen, die so stark reduziert waren, die ich gerne noch gehabt hätte. Die waren leider schon vergriffen. Ach, ich kriege es jetzt sowieso nicht mehr rein. Ich lege es einfach so hin. Ja, ist auch ein ganz süßes Schlussbild. Ja, ihr Lieben, ich habe es gerade schon gesagt. Ein schönes Schlussbild. Das ist dann jetzt das Letzte gewesen, was ich jetzt die letzten Tage gekauft, bestellt und so weiter habe. Es reicht jetzt aber auch erst mal wieder. Ich war ja, ich war ja, ich war ja, ich war ja, ich war ja doch ziemlich fleißig beim Shoppen. Stampin' Up, zweimal Action, dann eben noch bestellt bei Dieters Schnäppchenwelt. Jetzt in Braunschweig noch ein bisschen geshoppt und jetzt muss erst mal wieder ein bisschen Pause sein. Erst mal wieder genug geshoppt. Ich habe auch bei AliExpress bestellt. Allerdings glaube ich alles so Sachen, die euch nicht so wirklich interessieren. Da muss ich nochmal drüber gucken über die Bestellung. Weiß ich nicht, ob ich das dann zeige. Wenn das jetzt ganz andere Sachen sind, dann werde ich es wahrscheinlich nicht zeigen. Ja, ihr Lieben. Wie gesagt, das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.